Nooo, du bist ja ein richtiges Mädchen. Guck mal, wie sie so passen zusammen. Ich hab ein Blatt und du hast eine Blume. Lass Liebe machen. Okay, sorry. Let's go. Warte, warte. Ja, leider nicht geklappt. Hat's heute deine Chance. Das fängt aber ganz kurz auf. Oh, fuck. Was? Was ist da passiert? Nein, ich stand doch alleine da dran. Was zur Hölle? Wer hat sich danach... Wer steht noch bei mir mit? Ich hab mich da ran gestellt. Hey, mir waren da gerade alle im Reaktor drinnen, oder? Ja, und links oben ist grad... Ich steh am Simon Says. Und ich hab den... den... Alarm-Aula gemacht oben. Es ist Beda. Es ist Beda. Es ist einfach Beda. Was? Und stell mich an die Farce 1-10. Es ist Beda. Aber kannst du die nicht mehr machen, wenn ich mich da auch hinstelle? Nein, es ging um den Kill. Wer da noch mit stand. Es war jetzt alles so ein Stack-Kill, sozusagen. Ja, es waren alle irgendwie gefüllt im Reaktor. Nee, ich war... ich war im Simon Says. Ja, du... du warst dann Simon Says. Warum? Links oben waren irgendwie alle. Ja, aber ich hab nur die 1-10 Tars. Und dann ist plötzlich der Kill gefallen. Ich hab keine Ahnung, wer es ist. Ich war an der unteren Schaltfläche beim Reaktor. Was warst du? An der unteren Schaltfläche beim Reaktor. Manu muss mich jetzt auch trotzdem mal blöd fragen, weil oben waren ja zwei gewesen. Äh... Ich hab zugeguckt. Ich hab nichts gemacht. Ich hab's fertig gehabt und danach habe ich mich an die Task gestellt, hab die Task offen, hab die fertig und sehe den Kill noch und zack, Report. Ja. Und der Kill, der Bummi liegt vor meinen Füßen. Ähm... muss ich jetzt... Also ich bin ungefähr in der Mitte von dem Raum und... Also ich hab keine Ahnung, wer wo war. Äh... Na du standst jetzt noch einen Schritt weiter weg von mir. Aber es stand doch bei mir noch jemand. Wann kam denn Monu in den Reaktor rein? Ich bin direkt vor Peter entlang gelaufen. Wir sind zusammen in der Cafeteria aus der Büro gelaufen. Okay, dann muss ich jetzt mal blöd fragen, da Peter und Katja oben standen. Du alleine unten, um den Reaktor auszumachen. Warum hat denn das so ewig gedauert, um den Reaktor auszumachen? Hm... das ging für mich gefühlt recht schnell, aber... Das war nicht ewig. Ich hab mich erst noch von der Cafeteria rüberlaufen. Dann ist... dann ist... dann ist alles gut. Äh... ja, ich skip. Aber Monu stand... Schlau steht oben nicht. Ne. Alter... Dad, wir sehen jetzt... Bei derrelSL-Aanges Christians hat... Die Reküste... Id которой ist legislature, der Platzory runterge sónny! Das war nicht schwer! Alle zwischen der días! Doch Ich bin fast dran vorbeigelaufen. Stahl liegt zwischen Navigation und O2 an dem oberen T-Punkt sozusagen, also bei dem, der neben O2 ist, an dieser Kreuzung liegt Stahl. Und als letztes habe ich da gesehen, wie der Girl in O2 reinlaufen zusammen mit Stahl und weil ich mich nicht schon wieder knudeln wollte, bin ich halt erst an Navigation und habe da dieses komische Fadenkreuzding und mein Download gemacht. Ich bin gerade auf dem Weg zur Electrical und... Ich habe Reaktor Simon Sest gemacht. Anno? Ich war Admin. Und du wolltest auch gerade auf dem Weg Richtung Electrical. Okay, also Katja. Abwarten. Katja? Katja, bist du gemutet? Geil, dass ich die ganze Zeit rede. Definitiv nicht. Ich stande mit Stahl drin, das ist richtig, aber Benni kam zu O2 rein und ist wieder raus. Genau, weil ich mich nicht knudeln wollte. Dann hatte ich meine, dann hatte ich meine Tasks fertig und laufe runter. Dann hättest du ja irgendwann mal aus Navigation wieder rauskommen müssen. Ich habe da zwei Tasks gehabt. Also ich habe Stahl alleine gelassen. Und ich habe da einen Download, also der Download ist ja auch nicht kurz. Also ich sage, es ist Katja gewesen. Ja, genau. Never. Ja, viel Spaß mit Belly. Verwärter. Wir kommen jetzt hin zur Flanke. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, ich bin gerade unten gekillt worden. Ja, weil ich runtergelaufen bin und dich gekillt habe. Also du hast oben nicht gekillt, du hast oben so getan, als hättest du Reaktion gemacht und du musst da draufgehen und die Tast trotzdem machen. Nein, ich habe oben gewartet, dass mein Kill-Cooldown runtergeht. Ach Mann, Katja, es tut mir echt leid, dass er so suspicious mit dir. Oh Mann, ich habe das nicht mal mitbekommen, dass du das gesagt hast. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich in der Runde rausfliege, wirklich. Und dann musste ich dich einfach wegnehmen. Das macht es eigentlich noch mehr, dass ich jetzt ab nächster Runde teilen habe. Ja, es fällt auch keinem auf. Es fällt keinem auf. Belli beschuldigt Katja, Katja beschuldigt Belli. Ja, wie lief denn das ab, dass das so zustande gekommen ist? Ja, das habe ich mir auch nicht gesehen. Ich habe mir auch nicht gesehen. Ich habe ganz, du hast ja als Imposter ein bisschen mehr View. Ich habe oben um die Ecke gewartet. Kein Zack, ey. Da bin ich runtergelaufen. Ich bin dann schnell runtergerannt, habe die gekillt. Und da haben wir uns nur als letztes gesehen. Ja, das ist halt echt kacke. Und ich wollte echt nicht schon wieder knudeln und bin deswegen in Navigation rein. Ja, das ist ja manchmal das nur so rein, raus. Aber wenn da der Kill war und du das Letzte, für mich das Letzte, ne? Ja, das ist halt doof, ne? Das tut mir echt leid. Alles gut, das ist das Spiel. Ich war jetzt voll auf Stahl.